Episode 148. Heute möchte ich mit dir über Einstellung sprechen. Weniger um die Einstellung von Zoom, sondern eher um die Einstellung in deinem Kopf zu Online-Konferenzen respektive zu Zoom und was du dadurch bewirken kannst. Los geht's! Du interessierst dich für Bildung? Dann bist du hier genau richtig bei Bildung rockt, der Lerncoaching-Podcast. Hier geht es um Themen wie Digitalisierung, Didaktik, Methodik und mentale Stärke. Ich bin Mareike, Sandra Mareike, dein Lerncoach für E-Learning und ich freue mich, dass ich in deinem Ohr sein darf. Los geht's! Heute dreht es sich um die Einstellungen. Wie schon im Intro gesagt, weniger um die Einstellungen von Zoom, sondern eher zu den Einstellungen, die ich jetzt auch wieder in einem Video gehört habe von Trainern. Und das hat mich erschrocken. Ich bin da wirklich zusammengezuckt, denn der erste Satz dieser von mir geschätzten Kollegin war, Zoom ist anstrengend. Ja, Zoom ist anstrengend. Online-Konferenzen sind anstrengend. Und dann habe ich drüber nachgedacht, empfinde ich es als anstrengend oder nicht? Und was macht es eigentlich aus, eine passende Einstellung auch zu Online-Konferenzen, vor allem auch zu solchen Meeting-Geschichten zu haben? Und egal, ob du jetzt Zoom nimmst oder eine andere Meeting-Plattform, aber was löst es in meinen Teilnehmern aus, wenn ich die gleich begrüße mit den Worten, ja, Zoom ist anstrengend. Ja, das ist echt anstrengend. Da kann man ja nur sitzen. Und Pausen einbauen kann man auch nicht so wirklich, weil man hat ja nur begrenzt Zeit zur Verfügung. Und das erfordert eine hohe Konzentration. Und man muss ja auch die ganze Zeit am Bildschirm arbeiten. Und das hat in mir, das hat mich ehrlich gesagt erst mal zornig gemacht. Denn ich weiß nicht, wie es dir jetzt gegangen ist, als ich das so gesagt habe. Ich für meinen Teil kann sagen, das trifft auf mich nicht zu. Ich empfinde Zoom alles andere als anstrengend. Ich empfinde aber auch die anderen Online-Konferenz-Tools nicht anstrengend. Das hängt aber auch immer mit dem jeweiligen Trainer oder der jeweiligen Trainerin zusammen. Und ich bin stets bemüht, meine Seminare so zu gestalten, dass sie alles beinhalten. Und nein, wir müssen nicht zwangsläufig immer sitzen. Ich habe auch diverse Möglichkeiten, wo ich sage, okay, ihr macht jetzt mal den Bildschirm aus und nehmt mal das Telefon mit und dann könnt ihr mal draußen rumspazieren und telefoniert miteinander, wenn nicht in einer Teamarbeit zum Beispiel ist. Und da beschreibt ihr dem anderen auch, was ihr gerade seht. Und tauscht euch über das Thema bitte aus. Und in einer halben Stunde treffen wir uns dann wieder online. Ich weiß, das klappt nicht immer in allen Settings. Aber ich bin auch schon über Bodenanker gelaufen mit meinen Coaches. Ich habe ganz, ganz viel über Zoom ausprobiert. Und Zoom ist da für mich wirklich ganz weit vorne, denn ich habe die Möglichkeit, noch eine Kamera einzubauen. Ich kann mich an eine Flipchart stellen. Wir haben jetzt hier zu Hause mittlerweile so weit aufgerüstet, dass wir vier Logitech Kameras haben, weil wir gesagt haben, ich persönlich brauche jetzt nur eine. Aber bei Franz im Büro, da ist eine auf eine Whiteboard gerichtet, die sich bei ihm auf dem Schreibtisch befindet. Dann ist eine auf einen Flipchart gerichtet. Eine ist auf ihn gerichtet, wenn er sich mal hinstellen möchte. Und er hat sogar noch seine eingebaute Kamera, die er nutzt. Also auch da haben wir als Trainer ganz viele Möglichkeiten. Und wenn ich mir die Erlaubnis gebe, den Popo von dem Stuhl aufzuheben und mich im Raum zu bewegen, tue ich erstens meinem Geist etwas Gutes, denn der braucht auch Bewegung. Und ich tue mir selbst etwas Gutes, denn ich sitze nicht nur die ganze Zeit. Also habe ich diese Aussage gar nicht so verstanden. Ich erlaube es auch meinen Teilnehmern ganz oft oder auch ich bin ganz oft an Zoom-Konferenzen Terminen schon, nehme ich teil, wo ich dann mich mit anderen austausche. Und dann bin ich noch im Auto unterwegs und spreche über die Freisprecheinrichtung. Bei Zoom kann man das ja wunderbar einstellen, dass man nur dann was sprechen möchte, wenn man auch was zu sagen hat. So mache ich das dann auch. Oder aber, wenn ich die Mädels gerade im Kindergarten abgegeben habe, dass ich dann was dazu sage. Also das mache ich auch ganz oft. Ja, zugegeben, dann bin ich selber, tausche ich mich mit Kollegen aus oder tausche mich in der Gruppe aus. Da bin ich jetzt nicht so derjenige, der dann gerade trainiert. Aber ich kann es auch meinen Teilnehmern erlauben. Auto, wie gesagt, immer nur dann, wenn auch der Fahrsicherheitsmodus aktiviert ist, was bei Zoom prinzipiell der Fall ist, sobald ich im Auto bin. Also zumindest bei mir ist das so. Und da muss ich echt sagen, ich habe so viele Möglichkeiten, Gestaltungsmöglichkeiten und diese Möglichkeiten sollte ich ausschöpfen. Und wenn das die Kollegin nicht tut, dann finde ich das sehr schade. Ich finde es aber auch sehr schade, gleich ein Video mit diesem Satz zu beginnen. Den würde man von mir so nicht hören, denn er passt nicht. Weil ich habe mal vor Jahren den Satz geprägt, Watch your thoughts, they will be your reality. Und auch dieser Satz ist natürlich wieder nur, wenn du es so willst, ein Glaubenssatz, wo man dann sagen könnte, naja gut, wenn du das selber glaubst, das ist ja klar, selbsterfüllende Prophezeiung. Aber ich habe es jetzt auch so oft erlebt, dass es immer wieder zutrifft. Und achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu deinen Taten. Und wenn ich glaube, dass etwas anstrengend ist, dann wird es anstrengend. Unabhängig davon, ob es Zoom betrifft oder irgendein anderes Online-Tool. Und ich sage auch meinen Teilnehmern immer, die dann zu mir ankommen und sagen, Mensch Mareike, ich kann keine Technik. Naja, also Technik und ich, ne, also das geht gar nicht. Und auch denen sage ich immer, hey, Technik muss nicht euer Freund sein. Sie soll euch unterstützen. Ihr müsst sie nicht lieben. Sie soll euch bei eurer Arbeit, die ihr macht, unterstützen. Das, was du gerne machst, da ist ihnen nur das Vehikel zu. So wie ein Auto. Natürlich solltest du bei Zoom immer wissen, wie viel PS du unter dem Popo sitzen hast, damit du auch mit den Einstellungen und alles zurechtkommst. Das sehe ich auf jeden Fall so. Und das erlebe ich ja immer wieder, dass das nicht so der Fall ist. Und ich habe auch schon von vielen meiner Teilnehmer das Feedback bekommen. Ey, am Anfang habe ich gedacht, du spinnst. Klar, dass du Technik kannst. Du machst viel mit Technik. Du begleitest viele Konferenzen als technischer Support. Du begleitest eine E-Trainer-Ausbildung schon seit über einem Jahr. Immer wieder als technischer Support. Du gibst so viele Antworten. Aber nach dieser Zeit, wenn sie mit mir zusammengearbeitet haben, dann sagen sie immer wieder, ja, du hast recht. Die Technik ist nicht mein Freund geworden. Aber ich komme mit ihr zurecht. Ich sehe sie auch nicht mehr als mein Feind an. Und vielleicht kommen wir früher oder später dazu, dass wir einfach nur Freunde werden. Und das ist schon mal ein großer Schritt. Wir müssen die Technik nicht lieben, aber wir sollten sie bedienen können. Bedienst du die Technik oder bedient die Technik dich? Und ich fand das so schade. Und auch das mit dem Pausen einbauen. Ich habe meinen Teilnehmern, vor allem wenn sie Coaches sind, immer gesagt, hey, macht euch Coaching-Tage. Das ist so toll. Macht euch richtige Coaching-Tage. Aber tut mir bitte, bitte eingefallen, plant auch immer Pausen mit ein. Denn das bedeutet, dass du nicht von einem Termin in den nächsten hetzt. Ich sage jetzt mal, du hast um 15 Uhr einen Termin und machst dann noch mal um 16 Uhr den nächsten Termin. So, und jetzt passiert dir folgendes. Dein 15 Uhr Termin dauert, weil ihr euch verquatscht habt, zwei Minuten, drei Minuten länger, vielleicht auch fünf Minuten länger. Dein Termin für 16 Uhr ist aber schon um 15.50 Uhr im Wartezimmer und wartet pünktlich oder kommt direkt um 16 Uhr rein. Und deswegen habe ich immer die Devise ausgegeben, plant euch Pufferzeiten ein. Am besten eine Viertelstunde. Wenn es gut läuft, auch eine halbe Stunde dazwischen. Weil dann kannst du noch mal eben auf die Pipi-Box gehen. Du kannst noch mal einen Schluck trinken, kannst noch mal eben Wasservorräte nachfüllen, die ja auch für dich wichtig sind. Und du hast auch noch dazwischen Zeit, wenn es dann mal länger dauert. Du hast nicht diesen Termindruck. Und ich habe auch mit vielen Heilpraktikern schon Zoom-Schulungen gegeben und habe denen auch immer gesagt, hey, ihr müsst ja auch das notieren, was da gesagt worden ist, weil ihr dürft es euch ja nicht aufzeichnen. Wann willst du dir das aufzeichnen? Wenn du von einem Termin in den nächsten reinkommst, doch wohl eher nicht. Und von daher kann ich nur sagen, plan dir bitte Zeiten ein. Ja, Zoom erfordert Konzentration. Das ist aber nicht Zoom alleine. Also für mich macht es keinen Unterschied, ob ich in Präsenz bin als Trainerin oder online. Wenn ich da bin, bin ich da. Und dann habe ich immer die Verantwortung gegenüber meinen Teilnehmern, dass ich zu 100% auf dem Punkt konzentriert bin. Und zwar bei ihnen bin. Und nicht irgendwo noch bei dem Termin davor oder vielleicht schon mit den Gedanken bei dem Termin danach, sondern bei meinen jetzigen Teilnehmern. Wiederholungen finde ich super, denn auch Wiederholungen sollten eingebaut werden. Das Gehirn liebt Wiederholungen. Das Gehirn braucht Wiederholungen. Aber das Gehirn braucht auch Bewegung. Was mir gut gefallen hat, ist, dass die Kollegin auch gesagt hat, es erfordert nicht nur eine hohe Konzentration, was für mich auch im Präsenzunterricht gegeben ist, sondern auch, man sollte eine gewisse Qualität leisten. Und da gehe ich zu 100% d'accord mit, die Qualität online steigt. Und deswegen kannst du dich auch bewegen und kannst zum Beispiel ein Ansteckmikro machen. Da nimmst du halt so ein rote Wireless Go, ob du jetzt die Wireless Go nimmst oder die Wireless Go 2 oder du nimmst so ein, ich habe so von den Beats, die Powerbeats Pro, die habe ich einen in meinem Ohr stecken, damit die auch, damit ich auch so, ich sage mal, zwölf Stunden schon mal über die Runden komme oder von mir aus auch nur zehn Stunden über die Runden komme oder acht Stunden, whatever. Und dann habe ich immer einen im Ohr und einen habe ich in der Box. Und sprechen tue ich über das rote Mikrofon oder ich spreche auch über die In-Ears. Das hat den Vorteil mit den In-Ears, ich kann mich im Raum bewegen oder halt mit dem Ansteckmikro. Ich habe kein lästiges Kabel um mich herum, ich habe keine Mickey-Mäuse auf den Ohren, sondern ich kann mich ganz normal im Raum bewegen und dann kann ich auch mal zu einer Flipchart gehen, zu einer Whiteboard gehen. Ich habe viel mehr Möglichkeiten. Und auch Zoom bietet ja hier so viele Möglichkeiten, dass wir zwei Kameras einstellen und auf die Kameras zugreifen. Und sobald ich mich bewege, tun es die Teilnehmer ja auch. Und die verdammt mich ja auch nicht da zum Stillsitzen. Ich bin ja hier nicht in der Schule, wo ein Schüler relativ gezwungen wird, doch mal da sechs Stunden die Füße still zu halten, sondern die sollen sich ja bewegen. Und deswegen möchte ich ihnen auch die Erlaubnis geben. Der Geist folgt dem Körper und der Körper folgt dem Geist. Das ist ein Spruch, den ich sehr wichtig finde. Neben dem Watch your thoughts, they will be your reality. Und das ist mir so wichtig daran. Denn ich möchte nicht, dass du so einfach übernimmst. Wenn ich das jetzt sagen würde, Zoom ist so anstrengend. Dann möchte ich um Gottes Willen nicht, dass du das übernimmst, sondern hinterfrag es. Wenn jemand so in einer Aussage tätigt, da steckt doch viel mehr dahinter. Was steckt bei dem dahinter? Kann dir im Prinzip wurscht sein, aber passt es zu dir? Das ist die wichtige Message an dich. Passt das, was ich jetzt hier auch gesagt habe, passt das zu dir? Oder passt es nicht zu dir? Und wenn es nicht zu dir passt, dann brauchst du das nicht anzunehmen. Dann kannst du auch sagen, okay, Mareike, ist mir wurscht, betrifft mich nicht. Aber tu mir bitte einen Gefallen und reflektiere auch dein eigenes Denken. Denn es macht was mit einem aus, wenn man sagt, ich kann keine Technik oder das ist zu anstrengend. Das ist nicht anstrengend. Das ist nicht anstrengend. Das ist immer eine Frage auch der Einstellung und der inneren Bereitschaft. Bin ich dazu bereit, auch den nächsten Schritt zu gehen? Und sich mit etwas Neuem zu befassen, ist immer anstrengend, weil wir müssen ein Stück aus unserer Komfortzone heraus. Das quietscht immer am Anfang und ist immer schwierig, weil es gehört nicht dazu. Es ist nicht so kuschelig wie die Decke, die wir in unserer Komfortzone haben. Es wird vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal scheitern. Und wie gehst du damit um? Das sind so Sachen, die möchte ich dir einfach mitgeben. Auch bei meiner Technik funktioniert nicht immer alles. Mir ist gestern noch meine 8 Terabyte externe Festplatte hier abgeraucht, wo mein Backup drauf war. Da musste ich mir erstmal eine neue besorgen und das Backup neu draus spielen. Das heißt, ich durfte jetzt erstmal zwölf Stunden nicht an meinen Rechner, weil der so lange gebraucht hat, um da die 1 Terabyte Festplatte zu sichern. So what? Das kann passieren. Und das möchte ich. Ich möchte, dass du reflektiert durch die Welt gehst und sagst, passt das, was ich da so höre oder passt das nicht? Und das hat mich traurig gemacht und wütend gemacht, als ich das so gehört habe. Denn das ist ein Glaubenssatz oder eine Einstellung, nenn es wie du willst, die ich jemand anderen mitgebe. Und wenn ich das ein anerkannter Trainer bin und ich gebe sowas von mir, dann wird sowas vielleicht schon mal eher angenommen, als von jemand anderem. Und deswegen möchte ich dir mit einfach nur sagen, guck, was zu dir passt und guck, was nicht zu dir passt. Und so solltest du das immer machen. Und bevor ich jetzt gleich noch mal zu der Zusammenfassung komme von der heutigen Episode, möchte ich dich auf meinen Audio-Kurs zum Safety First, zum Sicher-Machen hinweisen. Das ist mir eine Herzensangelegenheit, dass die Meetings sicherer werden. Es wird ja immer mal wieder durch die Presse gejagt, irgendwelche Gespenster. Und deswegen, damit du auch eine bessere Verkaufsargumentation gegenüber deinen Auftraggebern hast, habe ich diesen Audio-Kurs zusammengestellt, damit du es für dich, für deine Teilnehmer und deine Auftraggeber sicherer machen kannst und sicherer machst. Wenn du diesen Audio-Kurs haben möchtest, dann gehe ich hier unten auf die Shownotes und dann hole dir diesen Audio-Kurs. Ich wünsche dir damit ganz viel Spaß und jetzt kommt die Zusammenfassung. Worum dreht es sich heute? Es dreht es sich darum, dass vieles eine Einstellungssache ist. Nicht nur bei Zoom ist es eine Einstellungssache, sondern auch bei uns ist es eine Einstellungssache. Denn wie gehen wir mit gewissen Dingen um, mit Herausforderungen, vielleicht auch mit Aussagen von anderen, wie zum Beispiel Zoom ist anstrengend oder ich kann keine Technik, ich bin da viel zu blond zu, keine Ahnung was, was ich da schon alles gehört habe. Das ist alles in deinen Einstellungen, die sich zwischen deinen Ohren befinden. Und für mich ist es wichtig, dass du darüber reflektierst und auch sagst, hey, die Technik muss nicht unbedingt jetzt mein Freund sein. Aber es ist schön, wenn wir uns annähern. Ich muss sie nicht hassen und ich muss sie auch nicht lieben, aber so eine neutrale Position so auf null, vielleicht auch auf eins oder zwei, das wäre auf einer Skala schon ziemlich gut, weil bei denen meistens, die sagen, ich kann keine Technik, befindet sich Technik meistens auf minus zehn. Und alles kannst du lernen und das möchte ich dir mitgeben. Auch Technik kannst du lernen und da möchte ich natürlich auch einen Teil dazu beitragen, nicht nur, dass du Zoom sicherer machst, dass du mit den Einstellungen zurechtkommst, sondern auch wirklich, dass du dir überlegst, was brauche ich denn und was brauche ich nicht und wie kann ich es für meine Teilnehmer, für die ist dann ja vielleicht, wenn ich reingehe mit der Einstellung, das ist aber anstrengend, das spiegelt sich ja auch ein Stück weit wieder in den Gedanken meiner Teilnehmer, wie kann ich es denen denn so angenehm und leicht wie möglich machen. Das ist mir echt eine Herzensangelegenheit, wo ich sage, bitte achte auf das, was du sagst und schau nochmal, ob du da vielleicht nicht nochmal das ein oder andere Umdenken mit dir mit reinbringen kannst und sagst, okay, Zoom ist manchmal anstrengend, da gehe ich mit d'accord, aber das hängt auch wirklich immer mit der Gruppe an, ich habe es auch schon als anstrengend empfunden, weil einfach null Resonanz von den Teilnehmern kam oder ich in einer Konferenz drin saß, über ein Thema gesprochen habe und keiner hatte eine Kamera an, es waren viele Telefonteilnehmer dabei, das war aber nicht über Zoom, sondern über Skype for Business und das habe auch ich anstrengend gefunden, ganz einfach aus dem Grund, weil wenn ich die anderen nicht sehe, kriege ich auch kein Feedback und ja, Feedback ist Breakfast for the Champions und das sehe ich auch wirklich so, ich kann ja auch anhand der Kacheln schon mal was sehen oder ich interpretiere einfach irgendwas rein, aber das war zu dem Zeitpunkt halt da nicht, gar nicht möglich, da hat man halt gar nichts gesehen und das fand ich sehr schade und dann wird es auch für mich anstrengend. Ich will gar nicht sagen, dass es nicht auch mal anstrengende Momente in meinem Leben gibt, aber reflektiere bitte auch du darüber, was hast du denn als anstrengend gefunden, war es die ganze Sitzung oder war es nur Teile und was hast du in diesen Teilen vielleicht gedacht, getan, gemacht und wie könntest du es beim nächsten Mal anders vielleicht besser machen und vielleicht fragst du deine Teilnehmer auch mal, was wünschst du dir eigentlich, wie kann ich es für dich noch besser gestalten, damit du noch mehr mitnehmen kannst, noch effektiver lernst, wie sieht es aus, wenn wir uns beide mal bewegen, wir beide mal das Telefon auch zur Hand nehmen und durch den Raum laufen, funktioniert mit Zoom auch super und von daher sage ich einfach nur bis demnächst in deinem Ohr, deine Mareike bis zum nächsten Mal, 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 Untertitelung des ZDF, 2020